Und, was sagen wir da? Tartaria, oder? Tartaria, schaut euch das an. Das ist zwar nicht so wie ein Kristallpalast, hat es nämlich in Wien auch gegeben. Und in London und in Paris, leider sind alle zerstört worden. Aber schaut gut aus, oder? Das ist das Balmenhaus und Schmetterlingshaus. Und dieser Teil, ein Traum, sag ich nur. Tartaria, na gut, dann bis bald, ciao.